Das ist meine MiG 7000 Feinste Waffentechnologie und Boah, Armkanon Wozu sind die Löcher denn an den Seiten? Das ist eine auf der Rakete Okay Das geht's Ja, unten Das ist vorher gegen die Auslast Tatsächlich Okay Das ist nochmal Das ist nochmal Schleif Versuch Nummer 2 Oh Boah, mein Weg geht ab, Junge Das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht, Alter Das gibt's doch nicht, Alter Also Ich habe mal